Wie zur Behandlung und Heilung rheumatisches Fieber Das rheumatische Fieber ist eine seltene, aber schwerwiegende Komplikation, wenn eine Gruppe A-Streptokokken-Halsentzündung entwickeln kann nicht behandelt wird. Es gibt keine Heilung für rheumatisches Fieber, aber Behandlungen stehen zur Verfügung zu helfen, die Symptome zu lindern. Die Symptome des rheumatischen Fiebers sind Hochtemperatur, Fieber, von oder über 39 c, 102 f Fleckige rote Hautausschlag Kopfschmerzen Nasenbluten Ermüden Starkes Schwitzen Brustschmerzen Kurzatmigkeit Bauchschmerzen Vomiting Gelenkschmerzen und Schwellungen, beginnt oft in die Knie und Knöchel. Reizbarkeit Verkürzte Aufmerksamkeitsspanne Veränderungen der Persönlichkeit, Launenhaftigkeit, ungewöhnliche Lachen weinen. Kleine Knötchen unter der Haut Die Symptome der Regel ein bis fünf Wochen nach einem Anfall von Streptokokken beginnen, obwohl in einigen Fällen die Infektion zu mild gewesen sein mag erkannt worden zu sein. Manchmal Menschen mit rheumatischen Fieber nicht erinnern Halsschmerzen gehabt zu haben. Das rheumatische Fieber kann auch eine vorübergehende Erkrankung des Nervensystems verursachen. Heute wird es Korea genannt, oder Südenham-Korea. Das ist eine Nervenerkrankung, die durch eine schnelle gekennzeichnet, abgehackt, unwillkürliche Bewegungen des Körpers hauptsächlich vorkommenden in der Kindheit oder während der Schwangerschaft und eng mit rheumatischem Fieber verbunden sind. Es kann bis zu sechs Monate erscheinen nach rheumatischem Fieber gelöscht hat. Menschen mit leichten Fällen von Korea finden es schwierig, sich zu konzentrieren oder zu schreiben. Schwerere Fälle können die Muskeln der Arme, Beine verursachen oder unkontrolliert zu zucken oder ruckartig stehen. Die Knie, Knöchel, Ellenbogen und Handgelenke sind die Gelenke am ehesten von rheumatischem Fieber geschwollen zu werden. Der Schmerz wandert oft von einem Gelenk zum anderen. Allerdings ist die größte Gefahr von der Krankheit der Schaden, den sie an das Herz zu tun. In mehr als der Hälfte aller Fälle, Narben rheumatischem Fieber, die Ventile des Herzens, dieses lebenswichtige Organ zu zwingen, härter zu arbeiten, um Blut zu pumpen. Über einen Zeitraum von Monaten oder sogar Jahren insbesondere, wenn die Krankheit schlägt wieder zu dieser Schädigung des Herzens zu einem ernsten Zustand, die rheumatische Herzerkrankungen bekannt führen kann, die bis zu einem Drittel der Fälle eingeschieht und das Herz schließlich scheitern lassen kann. Ursachen für rheumatisches Fieber Das rheumatische Fieber ergibt sich aus einer entzündlichen Reaktion auf bestimmte Gruppe A-Streptokokken-Bakterien Der Körper produziert Antikörper, die Bakterien zu bekämpfen, sondern die Antikörper angreifen ein anderes Ziel, die eigenen Gewebe des Körpers, so dass es ist eine Art von Autoimmunerkrankung. Rheumatisches Fieber diagnostiziert Suche nach Knötchenhaut aus Schlag oder Haut, die unter der Haut harten Beulen sind. Auf ihr Herz hören auf Anomalien zu überprüfen. Bewegungstests Durchführung ihrer Dysfunktion des Nervensystems zu bestimmen. Prüfung ihrer Verbindungen für die Entzündung Testen ihr Blut für Streptokokken-Bakterien Ein Elektrokardiogramm durchführen, die die elektrischen Wellen ihres Herzens misst. Ein Echokardiogramm durchgeführt wird, die Schallwellen verwendet, um Bilder ihres Herzens zu produzieren. Wirksame Behandlungen für rheumatisches Fieber Anti-entzündliche Behandlung Die entzündungshemmende Behandlungen gehören Schmerzmittel, die auch entzündungshemmend, wie Aspirin oder Naproxen sind. Ärzte verschreiben kann auch ein Corticosteroid-Entzündung zu verringern. Krampflösende Medikamente Ihr Arzt könnte ein Krampf verschreiben, wenn unwillkürliche Bewegungen zu stark geworden. Bettruhe Ihr Arzt wird auch Bettruhe und eingeschränkte Aktivitäten, bis die wichtigsten Symptome wie Schmerzen und Entzündungen sind vergangen empfehlen. Strikte Bettruhe wird für ein paar Wochen bis zu einigen Monaten empfohlen werden, wenn das Fieberherz Probleme verursacht hat. Südenheim Korea Medikamente kann empfohlen werden, wenn die Folgen schwerwiegend sind. Arzneimittel ursprünglich Epilepsie, wie Carbamazepin und Valprinsäure zu behandeln, sind in der Regel wirksam bei Korea Südenheim zu behandeln. Hausmittel Pfefferminzdee Haben Pfefferminzdee zweimal täglich. Es wird helfen, das interne System kühl zu halten und somit die Körpertemperatur zu reduzieren. Es hilft auch überschüssige Wärme aus dem Körper extrahiert werden. Ingwer Ingwer ist sehr effektiv bei der jeder Art von Allergie oder Heilung von Krankheiten. Fügen Sie etwas Honig und Zitronensaft zu Ingwerpaste und haben es während der Magen List.